Es gibt Wichtigeres für uns zu tun, nämlich zu überlegen, wie wir am schnellsten von hier zu den Mondwäldern kommen. Was zu den... Margon war sich bewusst, dass sein Gesichtsausdruck momentan mehr als nur dumm aussah. Aber er hätte ihn nicht ändern können, wenn es um sein Leben gegangen wäre. Orrit kam ihm zu Hilfe. Erinnere dich an die beiden Elfenbrüder, die die zwei anderen schwarzen Hafen in ihrem Besitz haben, sagte sie. Wenn außer Arkad sonst noch jemand wissen könnte, welche Macht diesen Hafen inne wohnt. Und wie man sie gegen Nodun einzusetzen vermag, dann sind sie es. Wir müssen sie finden.